Die Schalkreis ansehen. Wir heute fahren hier Richtung Schottel. Wir sind hier heute Schottel. Und... Da war ich jetzt mal. Und... Und dann, in dem wir in den Schacken sind, dann mache ich dann die andere Kamera ein. Und... Ja, heute ist der... Nüchterkleine Watt. Tag. Nach dem Morgen. Und... Heute... Das wird so schön, ja bitte. Und auch nicht so knapp. Das wird so gut ausnutzen. Und... Ja, und... Genieße einfach. Das will ich schaffen, ja. Schließlich Twitter. Und... 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 Ja. Und... Ich... Ja. Das ist so cool. Und... Ja. Da ist so cool. So... Da ist... Ja. Da ist so... Da ist... Da ist auch mal hier. Da ist es... Und... Musik 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 Jetzt waren wir Am Röstenberg Am Röstenberg Am Röstenberg In Spesheit Und Acht dann Ein bisschen dabei viel Leid und ja, heute weiter und wieder auf Moppel ja dann jetzt erst noch Richtung Lottbach und bald auch in Richtung und 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 mit dem Kreuzfahrhaus, nenne ich das. Ja, leider waren nicht zusammen 20 Motorradfahrer da, aber der Besitzer, der das gemacht hat und der den Essen verkauft, hat gesagt, einfach verlassen ist. Und, ja, alle begannen trotzdem da bewegen, das sieht ihr hier auf den Bildern. Und, ja, wir haben noch ein Fattung, eigentlich zu hinten dabei gehabt. Ich wollte hier keine Braatwurst haben, aber leider gab es noch keine Braatwurst. Und, ja, wenn euch das Bibiosophon hat, mit den Schatten und mit den Wanderungsbildern, dann macht mir gerne einen Daumen hoch und ihr könnt mich gerne bei YouTube weiterhin abonnieren. Ciao, bis zum letzten Video. Applaus 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 Applaus